Wenn ich den WNWP-Personal sag, ich bin die randgrößte Polizeibeamtin, die beste Polizeibeamtin in Deutschland passt ein und ich ermittle, das heißt, dass dann was passiert ist. Sie sind hier, wo wir scheuert, die beste Polizeibeamtin in Deutschland aus dem Kölner Hauptbahnhof heute Morgen Uhrzeit 31 zu schreien. Die Arschlöcher, die kommen in Haft, die Mörder. Scheiß Heroinzüge. Zehn Heroinzüge habe ich an einem Tag gepackt. Scheiß, ich habe doch gesagt, die will Kölsch. Wieso nicht? Ich kaufe die. Zehn Heroinzüge. Aachen Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Mönchengladbach Hauptbahnhof, Berges Stadbach Hauptbahnhof, Bühnenstadt Bahnhof, Iserlohn Bahnhof, Rumpertal Bahnhof, Sumpf, Rumpertal Bahnhof, Ruhling Bahnhof, Rumpertal Bahnhof, Aufmerksamkeit. Rumpertal Bahnhof,